In das Auge blickt, es wird gebaut. Wohnungen am Boden, U-Bahn tief darunter oder Hochhäuser in lüftigen Höhen. All das wird von einem der führenden Bauunternehmen Österreichs realisiert. Wir decken die gesamte Baupalette ab, vom Hochbau, Tiefbau. Wir haben Asphaltarbeiten, Holzbau, Tunnelbau, Stahlbau. Also alles, was wir sich vorstellen können, deckt unsere Unternehmensgruppe ab. In diesen Bereichen setzt das Unternehmen anderthalb Milliarden Euro in 20 Ländern um. Am Werk sind hier Fachleute aus den verschiedensten Gebieten und mit großer Verantwortung. Die Herausforderung ist eigentlich die ganzen verschiedenen Projekte, die ich immer habe. Einmal Tiefbau, Hochbau, Wohnungsbau, Bürobau. Ich interpuliere es eigentlich vor Ort draußen für alles zuständig, dass die Leute was machen, wann sie es machen, dass sie es richtig machen, beziehungsweise dass die ganzen Materialien vor Ort sind und wenn der Ablauf richtig abläuft. Solch große Projekte verlangen ein perfektes Zusammenspiel aller Gewerke und die Mitarbeiter sind ein eingespieltes Team. Wir sind Familienunternehmen, wir sind sehr authentisch, angreifbar, bei uns sind Familien da. Man kann mit jedem reden über alles, wenn man Probleme hat, man wird unterstützt und alles. Also wie eine Familie. Mit wachsender Größe der Projekte und ihrer Anzahl wächst auch die Familie von Habau. Grundsätzlich sind wir ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die unsere Leidenschaft für das Bauen ganz einfach teilen. Es ist vom Lehrling bis zum Bolier, vom Techniker bis zum Bauleiter oder auch kaufmännische Angestellte. Wir suchen in jedem Bereich motivierte Mitarbeiter, die ganz einfach die Construction Family mit uns gemeinsam gestalten wollen in Zukunft. Der große Vorteil bei der Habau Group ist, dass sich jeder durch Fleiß und durch das gewisse Quäntchen können, alle Ziele erreichen kann. Ob er jetzt als Bauleiter ist oder vom Bauleiter zum Gruppenbauleiter und weiter zum Teamleiter. Die Karrieremöglichkeit ist eigentlich unbegrenzt. Sie können vom Lehrling, wenn sie so wollen, bis zum Konzernchef aufsteigen. Alle Informationen zu den Karrieremöglichkeiten in einer stetig wachsenden Branche finden Sie auf karriere.habaugroup.com